Hallo, hier ist Disney Opa, ich bin hier im World of Disney, in den Disney Village von Disneyland Paris und ich möchte euch mal kurz zeigen hier, und zwar eine schöne Uhr, die 25 Geburtstag. Das ist alles, was ich euch jetzt in diesem Video mal zeigen will. Eigentlich ein sehr schönes Uhr, finde ich sehr hübsch. Da werden wir schauen. Da ist auch immer die 25 drauf, da unten. So, die kostet 39,99 Euro. Finde ich einen sehr hübschen Artikel. Obst du jetzt für Männer nicht mehr bebekommen, sei dahingestellt. Sozusagen Unisex. Also, solltet ihr diese Uhr kaufen wollen, dann kommt uns Disneyland. Gibt sie unter anderem im Village in World of Disney. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Disney Opa. Sertical Musik Jochen Shallbe